Hallo, hier ist Rangia und zusammen mit dem Flo spielen wir heute eine Find-the-Button-Map und zwar neu auf 1.14, weil das jetzt ja rausgekommen ist und äh, genau. Ey, wenn du dich druckst, dann ist das so richtig komisch, schau mal. Oh lol, das ist richtig smooth. Es ist voll, dass man entspannt runtergeht. Okay, hier müssen wir klicken. Oh! Level 1. 12 Level gibt's übrigens. 12 Level gibt's? Okay. Bestimmt ist der 1.14 Find-the-Button-Map hier. Okay, was ist anders an 1.14, abgesehen von den Tieren? Ich hab sonst nichts anderes mitgekriegt. Es gibt Füchse, es gibt Lagerfeuer, es gibt diese großen, ja, diese angreifenden Viecher da. Ja, ja, diese Pillager-Dinger gab's, gell? Genau, genau. Oh, ich hab'n Schalter. Kann auf Terrakotta platziert werden. Hä, aber welches ist Terrakotta? Ich seh' hier keine Terrakotta, aber ich seh' hier... Ah doch, hier! Komm her! Okay. Schau mal, das ist das hier und das ist Terrakotta. Ich bin eine Spinnenwebe, oh nein. Das ist Lehm, glaub' ich, das ist Terrakotta. Das ist Lehm? Okay. Und jetzt? Irgendwas ist aufgegangen, glaub' ich. Warte, halt. Dann... Oh, die Spinnenweben! Okay, warte, warte. Wo? Ja, hier ist der Button. Nice, Profi! Hast du schon gedrückt? Nö, du. Level 2! Du musst noch mal, du musst noch mal. Achso. Ich komm nicht. Raus. Warte, warte, warte. So, zack, okay. Ah. Mensch. Okay, Level 2, raus. Die ist gut gemacht, echt. Die ist gut, die ist gut. Ist auch besser als dieses, äh, Papier-in-Loch-Schmeiß-Design, was wir letztes Mal hatten. Hier ist ein Schild. Suche gut in Bäumen. Suche gut in Bäumen. Warte, hier ist ein Knopf. Aber hier sind überall Knöpfe. Oh, es gibt nicht immer nur einen Knopf, hm? Schätze ich. Das ist natürlich ärgerlich. Warte, kann man von drinnen nach draußen? Ein Holzknopf muss es sein. Ein Holzknopf, okay. Das hilft schon mal. Das ist gut zu wissen. Und wir müssen den Bäumen gut suchen, also. Okay, okay, okay. Dann, ich weiß nicht, wie man auf Bäume raufkommt, aber es scheint mir eine Art Jump and Run zu sein. Könnte das sein? Hä, wie bist du hochgekommen? Hä, dir über die Leiter. Über die Leiter? Im Haus. Achso, aber außen. Ich bin nicht außen hochgekommen. Ähm, aber man kommt bestimmt irgendwie außen hoch. Das kann so schwer nicht sein, okay? Wir müssen, vielleicht nicht hoch, sondern es reicht vielleicht, wenn wir unten drücken. Könnte das sein. Aber hier steht, suche gut in Bäumen. Also mal schauen, ob hier irgendwo was ist. Okay, pass auf, ich spring jetzt. Ne, so kann man nicht springen. Vielleicht kann man, aber vielleicht kann ich das nicht. Oh, warte, hier kommt. Also das geht, das weiß ich, das geht. Oh, warte, ja. Warte? Das ist ein Heilerblock. Da komm ich, ja eben. Oh, stimmt. So, dann bin ich auf dem Baum. Oh, sehr gut, sehr gut. Bam. Jump'n'Run Mastermind. Das heißt, ich bin jetzt hier oben. Das ist einfach, also wirklich einfach konsequiert. Auch man hat eine Skybox, oder? Ja, hier ist er. Level 3, Wüste. Vielen Dank fürs Porten. Oh, guck mal, die... Oh, nee, ich dachte gerade, die Kakteen wären in so Kakteen-Ständern, aber das stimmt gar nicht. Die Kakteen sehen auch anders aus, oder? Die waren früher dunkelgrün. Das ist auch die ganzen Sense und alles, so minimal. Ja. Ja, die Sense aussehen gleich aus für mich, aber das sieht für mich neu aus. Ich bin kein 1,14-Spieler. Irgendwie fühlt sich Springen auch anders an, aber das kann an mir liegen. Wir müssen irgendwo was finden. Ich weiß, wo ein Geheimgang aufgeht, aber ich weiß nicht, wie man ihn öffnet. Okay, warte, hier im Kleinhaus ist nichts. Gute Nachrichten. Sehr gut. Oh, die Kiste ist nicht hoch. Schau mal. Okay. Hier in dieser Kiste. Mit einem Schalter kann auf rotem Sandstern platziert werden. Okay, roter Sandstern ist... Und ich wette, das öffnet hier im Brunnen. Okay, perfekt. Ja. Oh mein Gott. Warte, man stimmt, man kann jetzt ja richtig schwimmen. Oh, okay. Warte, wo ist der Knapp? Das bringt uns gar nichts. Hier ist nichts. Oh, da ist ja was. Ist irgendwas? Ich dachte, du hattest was. Hier. Go find again up steht bei mir. Hä? Bei mir stand go find again up. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Okay. Ja, das heißt irgendwas so. Hier, ich hab's. Oh, haben die das jetzt hochgebrochen? Ah, okay. Perfekt. Level 4. Guck mal, wie wir durch die Level rushen. Wir sind ja so gut. Äh, hast du dich gefallen? Ja, voll. Hier ist... Hier ist... Ist noch voll fancy hier. Die sind voll gut gemacht. Also, ich muss sagen, ich mag das Terrakotta auch lieber als den ganzen Rest der Texturen. Die sieht clean ja aus. Oh nein, ich bin gefallen. Man kann ja bestimmt gut lang balancieren. Man muss irgendwie hoch. So, ich bin hier an was dran. Ich sag, das wird's. Ey, doch. Ich glaub, das ist der richtige. Die Schienen, aber die kommt mir nicht hoch, weil hier zwei Blöcke sind. Warte, geh weg, geh weg, geh weg. Ah, die schubsen? Nein, du musst hier rüber. Auf den Zaun drauf. Auf den Zaun? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist richtig schwer, aber. Okay. Geht's dann weiter? Aber das ist bestimmt der richtige Weg dann, oder? Ich weiß es nicht. Dann musst du hier so... Ah, nein, das ist richtig schwer. Ja, ja, schaffst du's? Warte, ich versuch auf den Zaun zu springen, aber ich hab... Du musst sprinten, musst aber sprinten. Du musst sprinten, okay. Geh weg. Oh, warte. Ich hab nicht porten, wenn ich schaff. Okay, perfekt. Ich würde es natürlich auch so schaffen. Wir porten nur, um das Level schneller zu machen. Ja, 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 ja. So, okay, diesmal fallen wir nicht, hab ich gehört. Jetzt müssen wir hier drüber. Oh, und dann? Oh nein. Ja. Ich seh da hinten, glaube ich schon, etwas. Aber ich könnte mich täuschen. Oh mein. Ja, okay, warte, ich bin drüber. Ja, wir müssen hier ganz runter. Nö, du bist doch... Obwohl, doch, ich bin im Spinnennetz. Mach sie safe, Variante. Ich mach die safe, Variante. Auch wenn sie ewig dauert. Du bist auch im Spinnennetz gerade. Ja, ich schaub, ja. Ja, ja, jetzt hier unten, du musst hier rein. Oh ja. Wie kommst du denn da rein? Wie hast du das gemacht? Siehst du, was ich meine? Unter dieser Treppenstoffe. Du musst so ein bisschen absinken beim Kopfhub. Okay. Aber egal, ich ja. Alles egal. Oh mein Gott, guck mal, die sieht richtig aus. Sieht richtig hübsch aus. Also ohne Witz. Soll ich dich schön grün? Mit dem Wasser, was fällt. Mit den Lianen. Okay, es sind nur Holzknöpfe. Okay. So, hier sind überall Metallknöpfe, die uns in die Irre führen wollen. Das finde ich frech. Ich sag, wir schwimmen im Wasser nach oben. Ich sag, das ist der Weg. Ja, ich bin auch hier am Rand. Dann bist du hoch. Hoch. Okay, hier ist ein Baum mit Kakaobohnen, Fragezeichen. Man weiß es nicht. Hier kann man halt nicht hochhüpfen. Wegen Skyboxen oder ähnlichem. Aber guck mal, das gibt es in 1.13, glaube ich, auch schon neu. Diese komischen Wasserpflanzen. Welche Wasserpflanzen? Achso, achso, ja, 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 klar. Stimmt. Das gibt es schon. Äh, auf der anderen Seite scheint nichts zu sein. Da kommt man nämlich auch nicht gut hin. Aber auf den Bäumen würde ich jetzt ausschließen, was das ist. Das ist ja... Okay. Spielst du öfter Find the Button Map, kennst du die Tricks? Okay, ich glaube, es ist langsam schwerer. Ich glaube, es ist langsam schwerer. Ich glaube, es ist nämlich auch. Weil ich sehe weitermbreit nichts an offensichtlichen Stellen. Aber... Ich könnte meinen, vielleicht auf den Bäumen drauf. Aber auf den Bäumen gucken wir ja von oben. Also, da scheint nichts zu sein. Ist hier sonst irgendwo irgendwas? Ich habe schon gedrückt. Okay, schaue ich noch mal genau. Ich glaube, ich glaube, ich muss irgendwas oben sein. Warte, hier ist überall dieses Terrakotta noch so einzeln Stellen. Hier tropft es von der Höhle. Kann man die Höhle hier hochklettern? Bestimmt, oder? Ich weiß es nicht. Warte, wie hast du da hochgekommen? Oh, vielleicht ist es hier aus dem Rand so. Ja. Achso, das ist beim Wasserfall gewesen. Stimmt. Ich finde, sowas ist... Sehr schwer. Oh, ich sehe hier ist ein Knopf. Ja? Wo? Ja, 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 ja. Oh, okay. Ich sehe schon. Und macht der irgendwas? Ich glaube nicht. Weil hier ist noch einer. Das ist ein zwei. Das ist ein zwei. Hast du den anderen auch gedrückt? Nö. Also, es gibt den um die Ecke und es gibt den, der hier ist. Okay, es könnte Dekus sein, aber ich glaube, wenn wir drücken vielleicht... Oh Gott. Meinst du? Oh, ich sehe hier ist ein zweiter. Was ist denn, ob du den schon hast? Ja, habe ich hier gesagt. Aber ich komme da nicht ran. Was? Was? Das war's. Und das war der Knopf? Ja. Oh mein Gott. Das war der zweite. Ich dachte, du hast den schon. Ne, ich bin nicht rangekommen. Oha. Okay, Level 6. Never. Alter. Okay. Oder... Okay, warte mal. Ja, pass mal auf, du kriegst die Magma. Ja, ich habe schon gemerkt. Ähm... Das ist... Ich werde, wir müssen in die Lava. Sag ich, ich kreule es jetzt schon mal. Ich bin nicht in die Lava. Oh, was hier ist irgendwas? Echt? Ich habe ein Geräusch gehört. Warte, hier sind so rote Steine. Sie sind bestimmt nicht durch Zufall da. Ne, vielleicht schon. Die generieren ja immer da, glaube ich. Oh, okay. Vielleicht sind sie durch Zufall da. Kommst du irgendwie da drauf, auf diese Festung? Ich versuch's gerade, aber... Nein. Ich würde gern. Okay, dann ausprobieren, wo man rein kann. Okay, ist schon mal nix. In der Lava ist nichts. Ähm... Ist hier irgendwo... Also ich denke, wir müssen auf die Festung. Ich frage es nur, wie. Au. Warte. Ohne, man muss hier rein. Du bringst dich gerade wieder und wieder in der Lava um. Nein. Das ist mir nur aufgefallen. Das ist ein Geheimgang, hundertprozentig. Okay. Ich glaube daran. Okay. Bist du sicher, Flo? Willst du vielleicht noch mal in die Lava schwimmen? Wäre das eine gute Idee? Okay, ich glaube, wir können die Festung. Ja? Ich glaube, in der Lava... In der Lava könnte was stecken. Weißt du nicht? Soll ich mir nicht mal gucken, ob wir denn da hängen gehen können? Ich glaube, wir werden trotzdem noch. Okay. Okay. Es wäre sad, wenn es wirklich in der Lava wäre. Und ich hätte es die ganze Zeit witzig drüber machen. Au. Aber... Nein, du musst hier rein. Du musst... Das ist ein richtig mieses Jump Run. Ach, nein. Oh, danke. Hier, du hast es geschafft, Raja. Ich habe es geschafft. Juhu. Jump and Run Master. Sag bitte nie wieder was gegen meine Jump and Run Skills. Raja. Komm mal hier runter und sag mal, was du da drin siehst. Okay. Ich sehe in die Kiste. Ja. Und sag mal, was in der Kiste steht. Ja. Okay. Was sagt die Kiste? Ich will... Aber es könnte ein Joel sein. Schau mal, hier unten. Es könnte ein Joel sein. Richtig. Da unten. Schau mal in der Ecke. Das ist noch eine Kiste. Wie kommen wir da ran? Äh, hier. Oh, Fire Resistance. Oh, das hilft natürlich. Ist okay. Man muss in die Lava. Ja, ich will in die Lava. Mann. Okay. Was? Wenn ich das jetzt nicht schaffe, was dann? Ich glaube, sie ist so geil in die Lava jetzt. Ich muss erst ausschlürfen. Ach, nö. Das ist doch doof. Geh in die Lava, Raja. Bin drin. Ich bin dabei. Ich werde einfach verbrennen wahrscheinlich. Ich sehe nichts. Du hast Feuer. Du hast Feuer. Ja, aber ich würde auslaufen. Ich glaube, du musst hochschwimmen. Okay. Du musst auslaufen. Ich sehe nichts. Es ist alles rot. Oh, warte. Hier ist irgendwas. Nee, hier ist noch ein Zwischenstopp. Hier geht es nicht weiter. Nein. Ich wünsche, ich hätte dir die Feuer Resistance gegeben. Ja. Oh, nein. Au. Oh, nein. Was ist das du? Ich habe keine Feuer Resistance. Ich weiß. Warte mal. Ich bin jetzt hier neben der Lava, okay? Ich komme nicht weiter. Ich brenne. Warte, guck mal. Ich habe doch Feuer Resistance. Okay. Das ist schön. Guck mal. Hier ist irgendwas. Wo denn? Oh, ich bin ein Zwischenstopp. Siehst du, das habe ich auch gesagt. Ja. Bist du... Ach, ich bin Experte in allem. Siehst du irgendwo einen Holzknopf? Nein, nein. Siehst du etwa einen Holzknopf? Nein, ich sehe etwa auch keinen Holzknopf. Ich werde hier irgendwo. Das ist doch frustrierend. Ich bin wieder in der Lava. Es ist alles rot. Oh, das ist eine schöne Farbe. Nein. Es ist zu rot. Man sieht nichts. Es ist wie roter Nebel. Ja, echt. Hier sieht man gar nicht. Ja, Zwischenstopp habe ich gehört. Wenn nicht, ist gar nichts. Das ist... Das ist... Okay. Wenn es jetzt nicht in der Lava war, dann habe ich gewonnen. Färben wir deine Haare blau. Es ist alles rot. Warte, hier ist irgendwas, oder? Oh, nein. Nevermind. Alles rot ist es hier. Ja, das ist wirklich... Geht's weiter. Alles rot ist... Wie? Hier ist nichts. Zwischenstopp, ha? Vielleicht ist es ja gar kein Zwischenstopp. Vielleicht... Okay, vielleicht müssen wir in den Zwischenstopp. Ich bin jetzt drin. Und? Jetzt? Ja! Es war oben, übrigens. Es war oben. Oh, okay. Level 7. Wild Eye. Wir brennen. Das finde ich aber... Das finde ich auch wieder schön. Findest du schön, ja? Ich laff jetzt nur noch so rum. Ich bin in der menschlichen Fackel. Wir sind auf dem Mond. Jetzt haben wir keine Feuerresistenz mehr. Level 8. Level 7. Schau mal, hier ist so eine Qualle. Okay. Und was macht die Qualle? Jump and Run! Oh, nein. Egal. Wir jump and runen das. Oh, nein. Über die ganzen Blöcke. Das ist ja toxic. Wirklich? Ey, können wir nicht. Warte mal. Da. Ich bin gefallen. Da. Komm mal, wir machen jetzt den hier. Okay. Was machen wir? Was ist das? Löschen wir uns? Löscht du? Warte mal. Platzier es am Boden. Platzier es unter dir. Ich versuch's. Okay. Machst du's? Ja. Okay. Ah, schön. So. Nachdem hier zufälligerweise gerade Wasser glücklicherweise war. Ey, wir sind die besten im Parcours. Oh, nein. Warum? Sind wir nicht die beste im Parcours? Ich bin nicht die beste im Parcours. Bist du die beste im Parcours? Ja, manchmal kam man ja der zweitbeste sein im Parcours. Okay. Ja, ich bin... Aufschreibendes Talent! Was denn? Guck, wo ich bin. Oh. Hier ist ein bouton. Ist wieder aufgekommen. Ein bouton. Dann drücke mal an diesen. Hier sind ganz viele boutons, aber keiner ist der richtige. Aber alle aus Metall, oder? Das ist nicht gut. Aber das ist auch ein ars Ding. Also ich würde es mir nicht ausschließen. Oh nein, ich bin mir gefallen. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Ich... Das ist doch... Also... Pfff... Wer hat denn die Web gebaut? Ich weiß es nicht. Das frage ich mich jedes Mal. Wer hat das gemacht? Was soll denn das? Wer hat das denn... Vielleicht hier. Ich habe Angst zu fallen. Oh nein, hier kann man fallen. Du kannst hier drunter. Schau mal. Wusstest du sowas? Was? Oh, man kann? Okay. Oh, Lisa. Das ist aber neu in 1.14. Du kannst hier drunter sneaken. Interessant, interessant. Ich sehe den Knopf aber nicht. Deswegen ist es so... Über dir. Oh. Level 8! Ozean! Da steht Nivel übrigens, nicht Level. Nivel 8. Ja. Ozean. Oh, Jesus. Komplettendes Wasser. Schau mal. Oh, wie schön. Guck mal an. Mit Doppel-V kannst du schwimmen. Das finde ich schön. Guck mal, hier sind Fackeln. Aktiv mal der 5. Dann siehst du das so. Das sind keine Fackeln. Das sind, glaube ich, so Seegurken. Hier sind Seegurken. Meine Füße sind Neongrün. Wie schön. Warum sind deine Füße Neongrün? Ich weiß nicht. Ist das der Skin? Musste ich dich fragen? Du hast den Skin gemacht. Äh. Vielleicht ist die Map. Vielleicht ist die Map. Ne, das hatten wir schon mal. Als ich mit Tops diese ganzen Racing Maps gespielt habe. Bei Jungen versus Mädchen. Da war das auch schon so. Ey, meine Füße sind grün. Okay, ich sage... Ich bin da drin irgendwo jetzt. Okay, das ist schön. Ich finde es gut, dass es unter Wasser jetzt so schön hell ist. Das mag ich. Ja, gell? Mhm. Jetzt macht gar nichts. Nicht so blöd rot wie in der Lava. Das fand ich nicht schön. Aber ich habe eigentlich keine Bedenken, weil wir sind ja Profis in Puzzle-Maps. Ja, ich habe irgendwie gedacht, ich habe was gefunden, aber habe ich gar nicht. Blöd. Ja, ich glaube, wir haben das auch, oder? Also was soll denn schiefgehen? Ja, 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 einfach ein bisschen näher schauen. Okay, im Wasserschümmel nichts. Okay. Ah, nee, doch hier. Oh. Noll. Noll. Ja, easy Level 9. Ja, wir ziehen sich das Karotten. Es gibt jetzt so eine Glocke. Das sieht hübsch aus. Guck mal hier, das ist neu. Das ist ein Blumenkasten. Oh, noll. Okay, ich läute. Aufstehen. Ist es bei dir auch so, in Österreich? Ja, ich habe Brüste. Dann leuchtet es und dann, weißt du, dann kommen die Kühe raus auf die Farm. Das ist in der Lava, 100% dick. Und dann sind da die Berge. Okay, das ist nicht in der Lava. Hier ist ein Ofen. Ein Blästofen. Und ein Ambers. Und eine Kiste, wo nichts ist. Was? Du hast die Karotten kaputt gemacht? Klassiker. Zerstörer. Ich habe auch welche. Ey, ich leite jetzt die Glocke aus Frust. Okay, okay. Vielleicht brauchen wir die Karotten für irgendwas. Ich sage, wir brauchen die Karotten. Das ist wichtig. Das ist essentiell der Teil. Ich mache jetzt die Karotten hier rein. Guck mal, wenn man die Karotten da reinfüllt, dann kann man... Hey, kann man das? Ja, dann habe ich jetzt Braunmehl gekriegt da draus. Oha, das wusste ich gar nicht. Schau mal ein Dings nach im Dorf. Ich habe schon dreimal im Dorf nachgeschaut. Hier ist der blöde Ofen, okay? Hey, ich habe noch einen Eimer. Keine Ahnung, da kann man immer nichts mitmachen. Ich habe Braunmehl. Kann man irgendwas aus Braunmehl herstellen? Soll ich mein Braunmehl in die Lava werfen? Ich bin hier? Repair Name. Braunmehl plus Eimer. Braunmehl plus mehr Braunmehl. Bringt nichts. Ronja. Flo. Guck mal hier. Was kannst du da tun? Oh, weißt du, da hinterher ist nichts? Oh. Richtig mies. Richtig mies. Okay. Der Wald. Oh, guck mal, hier ist ein Lagerfeuer. Noch vor mir. Gut, dass ich das habe. Du kannst das Lagerfeuer irgendwie anzünden, okay? Bestimmt, das geht bestimmt. Ich sage, dass es ist. Und danach ist es im Lagerfeuer. Ich glaube, es gibt einen Fuchs. Einen Fuchs? Ja. Wieso denn ein Fuchs? Es gibt einen Fuchs in der Neue. Ich glaube, wir müssen hochjumpen. Ich bin ganz oben. Ich bin relativ mit oben, jedenfalls. Muss reichen. Ist oben irgendwas? Nicht, soweit ich sie sehe, aber du kannst natürlich... Schwung mal über die Beine. Ich bin gefallen. Aber nicht tief. Ich bin hier ganz... Gute Nachrichten. Alles so gut. Hast du in dem Zelt schon geguckt, was da ist? Warte. Ich glaube, es ist ein Jumprun. In dem Zelt ist gar nichts. Okay. Ich probiere es. Es ist jedes einzelne Map. Es ist ein Jumprun. Aber hier ist nichts. Du musst nicht zu mir kommen. Doch! Wo? Ehrlich? Hä, wieso ist jetzt das Level 8? Wieso ist jetzt Level 8? Die End. Die End. Ich habe kürzt. Warum denn alle von der Buttonlabs zu Parkour früher später? Ich weiß es nicht. Es ist alles immer Parkour. Egal, was wir spielen. Oh mein Gott. Pass in Maps, Parkour. Dings, Parkour. Das Einzige, was nicht viel Parkour war, war dieses Laboratory Breakout, was wir gemacht haben. Ja, geil. Spawn Point Active. Oh, Spawn Point Active. Das ist gut. Ich habe nämlich eine Leiter jetzt gekriegt. Deswegen. Oha. Oh Gott. Wer hat sich denn das ausgedacht? Mit dem würde ich gerne einfach mal privat so ein Wörtchen reden. Ich würde nicht reden. Ich würde den einfach zu einem Seminar schicken. Das würde ich machen. Ja, ich würde den einen Aufsatz schreiben lassen. Warum es nicht gut ist, leider im Web 90% Parkour zu machen. Weißt du? So 500 Wörter. Habe ich Checkpoint? Keine Ahnung, nee, stand nichts da. Okay, Ronja. Wenn ich jetzt falle, würde ich sehr, sehr böse sagen. Bitte fall nicht. Bitte, bitte fall nicht. Warte, ich passe mal. Nein! Flo, du schaffst das, ja? Das sind einfache Sprünge. So, du bist jetzt mein Checkpoint. Okay, easy. Das ist gut. Das sieht gut aus. Das sieht weiterhin gut aus. Ja. Ja, ja, ja. Ja? Mhm. Mhm. Also noch. Du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Nein! Nein! Dann muss es doch sein. Der ist ja da hinten im Eck. Wieso denn da hinten im Eck? Welche denn? Ich weiß nicht, wo du bist, aber da ist es wohl nicht. Warum? Warte, ich habe eine Idee. Vielleicht hier in der Ecke. Okay. Ja, vielleicht. Ist... Wahrscheinlich, oder? Das ist nix. Hier ist kein Button. Hier ist kein Button. Das ist doch Scam. Okay, hast du einen Button gefunden? Ist ein Button? Wo war der denn? In der Kiste, die so mies war. Ich wusste nicht mal, dass es jetzt Treppenstufen gibt von denen. Oh. Ja, easy. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke fürs Spielen. Ja, danke für nichts an den Entwickler. Leute, ich hoffe, ihr habt die Qual überstanden. Falls ihr die Mev auch spielen möchtet, dann tut es nicht. Spart euch die Mühe. Ihr habt sie jetzt ja hier gesehen. Das wäre ja langweilig. Sonst hätten wir gespoilert. Aber jetzt Leute, die uns leiden sehen wollen, die haben das Video bestimmt geil gefunden. Ja, denke ich auch. Na gut. Dann macht es das mit dem Video, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen hoch da. Und genau, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.